Hallo zusammen und willkommen zu meiner Videoantwort. Der gute ThePlayerNews hat gefragt, auf was wir uns mehr freuen oder ihr oder wer auch immer. Und zwar Risen 2 oder The Elder Scrolls 5 Skyrim. Also, ähm, vorab, beide Spiele sehen sehr gut aus, wenn man sich die Trailer anguckt und so weiter. Und die Screenshots, was es alles geben wird und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich ja mehr auf Skyrim. Und zwar, das hat auch einen ganz einfachen Grund, weil ich die Vorgänger, also Oblivion und so weiter, wirklich lange gespielt habe, monatelang und ich da auch immer meinen Spielspaß dabei hatte. Da gab es immer so viel zu entdecken und so viel zu tun, die ganzen Gilden, was man, ja, es gab immer irgendeine Quest, was man machen konnte. Und es gab einfach unheimlich viel zu entdecken und zu erkunden und so weiter. Also, ich freue mich mehr auf Skyrim. Ich habe mir auch Videos zu Risen 2 angesehen, ähm, von was ich, von was ich vorher eigentlich noch gar nichts gehört hatte. Ich hatte den ersten Teil, ich hatte den Namen zwar schon mal gehört, aber nicht, dass da demnächst ein zweiter Teil rauskommen soll. Ähm, und ich muss sagen, so geil fand ich das jetzt gar nicht, was ich vorhin von dem Spiel gesehen habe. Ähm, gut, die Grafik ist nicht schlecht und so, aber, ja, also von dem, was ich jetzt gesehen habe, ist es nicht wirklich was Besonderes. Gut, Oblivion, äh, ich sag schon Oblivion, Skyrim ist auch gut an den Vorgänger angelehnt. Aber, es ist einfach geil, es sieht geil aus, es scheint viele geile neue Sachen zu geben. Und, ja, wenn ich, wo ich da den Trailer das erste Mal gesehen habe und Ausschnitte, da hat es mich richtig, wow, in den Fingern gekribbelt, weil ich einfach Bock hatte. Ich will dieses Spiel jetzt spielen. Und, es dauert ja nicht mehr lange, am 11.11. ist der Release-Termin. Und, ja, da freue ich mich einfach unheimlich drauf. Und, ja, gut, das war meine Meinung dazu. Ich werde mir auch die anderen Videoantworten ansehen, um zu erfahren, wie ihr das Ganze so seht, weil mich das auch interessiert. Also, gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und schaut auch mal auf meinem Kanal vorbei, falls ihr euch für Let's Plays aller Art interessiert. Also, gut, bis dann, tschüss und tschau.